Wächst die Familie Kamps schon bald weiter? Gujan Kamps, 40, und ihr Mann Sebastian Kamps haben ihre Fans vor rund zehn Monaten mit einer tollen Neuigkeit aus ihrem Privatleben überrascht. Das Paar durfte im Dezember 2021 nämlich sein erstes Kind auf der Welt begrüßen. Doch bei ihrem Erstgeborenen soll es in Zukunft nicht bleiben. Gujan machte jetzt deutlich, dass sie bereit für ein zweites Kind ist. Auf Instagram erklärte Gujan jetzt, dass ihre Fans sie ständig fragen, ob sie noch ein zweites Baby will, und darauf hatte die stolze Mama eine klare Antwort. Ja, ich will, betonte die einstige Viva-Moderatorin und fügte hinzu, dass sie sich definitiv ein kleines Geschwisterchen für ihr Kind wünsche. Ich fühle mich seit einigen Wochen total bereit für diesen Schritt und habe das Gefühl, dass dies zehn Monate nach der Geburt auch körperlich und mental gut passt, erklärte sie. Offenbar wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt für Gujan, um erneut schwanger zu werden. Viele Ärzte sagen, dass der Körper und Geist nach zehn Monaten Schwangerschaft wieder zehn Monate für den Normalzustand benötigt, schrieb sie im Netz und verdeutlichte, bei mir passt das also ziemlich genau. Genau! Tau! 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 Ne spill. .